Was heute Nacht abging, ne, bitte einmal meine Storys hier einblenden. Bitte, 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 meine Storys von letzter Nacht. Die Männer, was die gemacht haben, vorgewählt. Ich weiß nicht, was Eli den beiden. Egal, gottlos. Gottlos. Also, ich geh jetzt einfach pennen. Ich weiß nicht, was ihr beide noch macht. Ist das nicht gefährlich, wenn die Beine miteinander rammeln? Nielsen, danke, danke, danke für die Zweiten, den Wichtigsten. Ist das nicht gefährlich? Nee, okay, geil. Dann, ähm, ja. Step-Bro, so nach dem Motto. Hä, wieso gefährlich? Ja, keine Ahnung. War jetzt einfach weit gedacht, würde ich sagen. Ich geh jetzt pennen, ich kann das nicht mehr. Ich mach nur überall Futter hin und dann schlaf ich. Macht ihr euer Ding. Update, die Jungs schlafen bei mir im Bett. Sehr cool übrigens von euch. Sehr geil, der Typ geht um 5.52 Uhr ins Bett. Das ist so geisteskrank. Und Eli schläft da oben. Auf dem Schrank, damit sich keiner wegkommt. Der kann Hilfe. Damit sich keiner wegkommt. Ist das Brüder-Liebe? Ist das Brüder-Liebe? Ist das Brüder-Liebe? Ja, hoffe ich. Das ist Brüder-Liebe. Vuh. Ja. Vielen Dank.